Hi, wie geht es dir heute? Das verbesserte Paket ist angekommen. Wird bis zum ersten Training fertig sein. Hier ist der Werksbericht. Hallo und willkommen zum Qualifyen in Texas. Äh, Mexiko. Entschuldigung. So, wie immer, Qualifyen recht kurz gehalten. Wir holen uns mal die Voicemail ein, was das Team von uns möchte. Ich will dir nur sagen, dass wir die Erwartungen des Teams für das kommende Qualifying erhalten haben. So, 13. oder besser, vor Bottas und vor Welleinen. Ja, klar, wie immer. So, dann ab zum Schlepptop und ab geht's auf die Rennstrecke. Viele Punkte habe ich jetzt im Training nicht geholt. Es dauert nicht mehr lange, bis die Ampeln auf grün schalten und das Qualifying für den großen Preis von Mexiko beginnt. Schauen wir also mal, wer sich am heutigen Nachmittag die Pole Position holen kann. Super. Regen. Regen-Setup haben wir ja momentan schon drauf. Weil es sämtliche Training-Sessions ja schon geregnet hat. So, Kuh, Regen, Regen, Regen. Rennen ist trocken und Sonnenschein. Also... Pro nutz ein Trockensetup. Weil das Rennen ist wichtiger als so ein Qualifying. So. So wechselhaft wie es momentan ist, würde ich einen Satz Intermediates nehmen. Äh, wo soll man denn? USA, Mexiko. Mexiko trocken. Gut. Mein Reifenquäler-Setup. Hilft dir an, nichts von anderes habe ich jetzt nicht. Ich komme mit dem Setup eigentlich gut zurecht. Das ist eigentlich auch recht flott. Nur es ist schon bei Trockner halt nervös. Hahaha. Der leichte Regen wird eine Weile anhalten. So, dann wollen wir mal eine Runde starten. Einfach mal Daumen drücken. Es kann nur schief gehen jetzt. Der Wagen muss sich hier rum nicht überhaupt eine Zeit haben. Massa, mit der 1,39. Bottas. Jetzt kommen sie aber alle. Boah, der zieht aber gar nicht in den Kurvenwahlen rum. Ricciardo, 1,32. Also, leider schon für die Teamwertung, ja, müssen wir das Q1 ja verlassen und das Q2 reinkommt. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Lust, jetzt hier auf dem Regen-Setup zu wechseln. Weil das bringt uns im Rennen mehr nix. Boah, ist das eine Quäle, den Wagen hier um den Kurvenwahlen zu kriegen jetzt. Vanessa ist das Setup nämlich gar nix. Wir werden mindestens 20 Minuten leichten Regen haben, vielleicht länger. Ja, ich würde sagen, wir sind, ich komme die ganze Zeit mit dem Headset-Mikrofon ans Aufnahmemikrofon. Ich glaube, ich muss das irgendwann mal ändern, so die Position. So, ich würde sagen, von den Zeiten her dürften wir es eigentlich, dürften halt so weiter sein. Hoffen wir jetzt mal. Ich drücke einfach mal die Daumen. Seit 5. So, kleiner Check. Er ist immer noch am Regen. Ja, da können wir auch Q1 verlassen. Ich wollte ja nochmal nachgucken, nicht, dass es gleich nochmal trocken wird und wir auf einmal dann... Oh, Pascal ist 15. Wunderschön. Das freut mich für meinen Teamkollegen. Dann merkt man mal, dass Männer einen ganz schönen Schritt nach vorne gemacht hat, im Bereich Technologie. Äh, falsche Taste. Da komme ich. Es bleibt nass. Okay. Wollte mal gucken, ob es vielleicht irgendwie Besserungen in Sicht ist. Dann würden wir am Ende des Sessions erst rausfahren. Aber... Nein. Es bleibt dabei. Nass. Aber ich habe es nämlich schon wieder komplett vergessen. Und ich gebe die Hoffnung, dass die NPCs hier so ein Misch-Setup fahren, für sich. Umsobei trocken unten, dass sie dabei klarkommen. Und wir fahren ein reines Trocken-Setup. Das ist richtig schön im Brennen. Bam! Aber ich glaube, man liegt dran. Ich weiß, die Hoffnung stirbt zum Schluss. Und weiter, 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 weiter. Reikön. 1,2,32. Boah, ich rutsche über die Vorderachse. Das ist nicht feierlich. Eigentlich könnte man ja auch hingehen und auf der Vorderachse ein bisschen mehr Grip jetzt drauf klatschen. Aber den Frontflügel dürfen wir ja verstellen. Jetzt haben wir ja hier mal Zeit verloren. Hier haben wir jetzt richtig Zeit verloren. Uiuiui, jetzt rutscht man hier richtig raus. Wir gucken jetzt ja mal, wie schlecht wir sind. Oder für ihn noch mal sagen, wir machen eine Sicherheitsrunde. Hängt noch eine dran. Wo sind wir? Vierter. Lassen wir sie. Lassen wir sie. Wir lassen P4. 1,2,3,4,5. Wir fahren nochmal raus. Beschleunigen mal die Zeit ein bisschen. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei. Eine Minute. 33,1. So. Und eine fliegende Runde nochmal zum Schluss nochmal hinten dran. Tadadadadadam. Tadadadadam. Das geht ja mal gar nicht. Das geht ja mal gar nicht. Ja. Und das ändern wir jetzt. Sonst hat der noch nicht viel gefehlt. Ich glaube nur drei Sekunden oder so. gefühlte drei Sekunden. Von wir wissen ja, ihr habt ja für gesehen, ihr habt ja für gesehen, wo ich Zeit verloren habe. Nehme ich jetzt gleich hinten in den Essens drin. Nehme ich jetzt gleich hinten in den Essens drin. Ja, schaut so ein, da habe ich richtig Zeit verloren. Also meine Zeit werde ich definitiv jetzt verbessern. Was ich dann mal raussuchen kann, das ist ja gerade aus der einen Runde. Alter. Da konnten wir nochmal richtig was ziehen. Ich glaube, mit der Zeit, boah, es kommt ja gar nicht an den Essens drin. Ähm, ich glaube, mit der Zeit dürften wir gegebenenfalls eine Runde weiterkommen. Ja, schade, dass Pascal raus ist. Das hätte mich für ihn gefreut, wenn er auch in Q3 reinkommen würde. Ist nicht nur gut für ihn, auch gut fürs Team. So, Nachteil ist, wir müssen jetzt nochmal so zaubern. Weil jetzt kommt es drauf an. Jetzt muss man richtig schön was hier hinschmeißen. Weil jetzt geht es um die Wurst hier. Hier gibt es noch so zwei, drei kleine Ecken, da kann man richtig, richtig, richtig viel Zeit liegen lassen. Nämlich die Kurve, das ist ein klarer Startungsziel, weil wir haben eine sehr lange Startungsziel. und in den Essens. Habt ihr ja schon gesehen, in den Essens habe ich fast eineinhalb Sekunden nochmal rausholt. naja, ja, 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 ja. Also mal konzentrieren und Daumen drücken. Bis zum Anschlag, dass es jetzt hier noch was Gutes funktioniert. Klappt. Okay, hier haben wir wieder richtig die Zeit verloren gerade. Einmal am Rutschen, aus dem Druck muss raus Feierabend. Ah, sowas können wir doch nehmen die Zeit jetzt einfach. Damn. Die Zeit nehmen wir auch. Da wissen wir, haben wir für uns im Kopf schon mal drin, dass es ja noch ein bisschen nach vorne gehen kann. So, wir sind jetzt Position 3. Wir haben auch alle eine Zeit gefahren. Wir haben wieder Bottas geschlagen. Damit machen wir bei Bottas ein Häkchen dran. Während wir uns etwas von diesem aufregenden Qualifying gespannen, sehen wir uns die Top-Reihe. Sieht doch gut aus. Wir sind Vierter. Besser als erwartet vom Team. Unsere Zielvorgaben haben wir all erledigt. Was für immer mehr, ne? Klar, Brüllposition, aber zu bauen, wo brauchen wir jetzt hier nicht. So, bing, bing. Wir haben Rivalität gegen Bottas gewonnen. Interessant wird es nur, wie wir als nächsten Rivalen mitkommen. Gut. Und das war es von dieser Seite. Und ich freue mich schon aufs Rennen. Und ich sage mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss.